hallo und herzlich willkommen wir sind heute in trelleburg wenn du wissen willst warum trelleburg trelleburg heißt dann bleibt immer schön dran weil ich erzähle wenig über die geschichte von trelleburg wenn ihr mein video gefällt dann lasst mir gerne ein like und auch über ein abo würde ich mich sehr freuen alles weitere folgt wie immer nach dem intro da waren früher die wikinger drauf und sind damit über die felder gefahren die waren groß guck mal so sahen die häuser früher aus die waren schon mit leben damals ja was heißt eine mauer das ist ein holzweil was sie gebaut haben immer entweder waren die so schon auf so ein hügel oder die haben das komplett aufgebaut die trelle burgen in trelleburg ist die einzige rekonstruktion einer wicker zeitlichen ringburg auf schwedischen boden zur anlage gehören neben einem rekonstruierten bauernhof aus dem 14 jahrhundert auch noch ein kleines wikinger museum mit museumshop und einem café 1988 fand man bei ausgrabungsarbeiten am rand der trelleburger innenstadt unweit des fährhafens die überreste der einstigen wikinger burg und namensgeberin der stadt 1995 waren die archäologischen arbeiten abgeschlossen und man begann damit einen teil der ehemals 125 meter durchmesser betragenen burg an ihrem ursprünglichen platz zu rekonstruieren seit 2005 ist der sechs meter hohe mit palisaden verkleidete erdwall auf einem viertel seiner ursprünglichen länge zusammen mit dem west tor wieder hergestellt bei der rekonstruktion der sichtbaren holzelemente wurden ausschließlich historische methoden und einfache werkzeug wie beile und messer verwendet das gelände vor der wall anlage wurde ebenfalls nach den ergebnissen der archäologischen forschung gestaltet und zeigt die landschaft so wie sie etwa vor 1000 jahren ausgesehen hat im jahresverlauf finden an den trelleburgen einige veranstaltungen wie wikingermarkt wikingerspiele und lager oder auch eine valpurgis und mit summerfeier statt die trelleburgen bezeichnet einen bestimmten burgtyp aus der wikingerzeit es handelt sich dabei um kreisrunde befestigungsanlagen die von einem hohen mit palisaden verkleideten erdfall und einem äußeren wallgramm umgeben waren die hiese geborgen wurde um 980 im auftrag von sven gabelbart könig von dänemark und schonen erbaute als sich um das jahrtausend die überfälle der wenden häuften wurde die aufgegeben und dem verfall preisgegeben nach der unterwerfung der wenden wurde die gegend im 13 jahrhundert wieder neu besiedelt und die stadt trelleburg entstand man geht davon aus dass zu diesem zeitpunkt noch ruinen der alten wikinger burg vorhanden waren und sich die namensgebung der stadt daher folglich auf die trelleburgen bezog musik Bis zum nächsten Mal. 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 Aber hier von den Steinen habt ihr das Foto gemacht? Bis zum nächsten Mal. 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 Das ist nochmal ein Aussichtsturm. Ich weiß gar nicht. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wenn dir das Video gefallen hat. Dann lass mir doch gerne ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.